so weiter geht es heute mit drive club und der wirklich super klasse hier steht an zwei rennen wieder hier kann trieb immer nur heck antrieb ich will mal was vernünftiges fahren also halbwegs vernünftiges anführungszeichen bei den wegkrieg da muss man so feinfühlig sein so das nächste turnier ist hoffentlich mal wieder mit erfolgreicher jetzt das ja 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 Da wird uns dann wegkommen, aber da kann ich auch noch was. Es ist immer so frei und einfach vergeben. Scheiße, da sind ja noch die Regen da vorne. Ich dachte gar nicht, das ist die dritte. Da sind zwei Kandidaten, aber die sind auch geil. Da können wir hier gerade ein bisschen die Damen ziehen machen, dass die vorbeilaufen sind. Ach man, nerv' ich mich gerade! So, jetzt haben wir zwei davor. Jetzt haben wir den Bisschen ein bisschen spätselt. Ja. 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 Ja, ich habe jetzt hier vorne den ersten Kilor an. Wir haben die einfach eine Alpen daheim erreicht und wir hoffen die zwei Idioten, da wieder vor mir ist. Die können uns ein bisschen mehr, weil der eine, zwei, den wir anfangen. Ja. Ja. Okay. Jetzt habe ich wieder drei über den Zandai. Da ist schon wieder dran, in vorne. Oh, was ist denn heute los mit mir? Da ist der Kürtel-Topf-Gedenken. Ich muss jetzt mal kurz schreien oder sowas vorfahren. Da ist der Kürtel-Topf-Gedenken. Da ist der Kürtel-Topf-Gedenken. Geh mir nicht auf den Seier jetzt. Dieses Hin- und Fährte-Schlenker. Mein Gott, ey. Du bist ein Vollidiot. Ja, die ganze Zeit schon. Du wolltest neben dem Wind mit dem Fick. Ja, Dampferklasse. Höchst Klasse, du. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich zweite Branche vor mir. Und einzug ist davon aus, was passiert. Jetzt habe ich noch keine Waffe in dir gehen. Meine Märchen-Segel ist da weg. Ja. Doch, 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 doch. Wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe. Ja, der hat sich gerade mit dem Weg gesossen. Nee, aber nicht. Schade. Oh, das ist glücklich, dass ich den auch noch hätte. Die zwei nach vorne, die habe ich ja gar nicht bekommen. Die zwei davon haben die überhaupt gar nicht gekriegt. Die habe ich ja gar nicht gekriegt. Die habe ich ja gar nicht gekriegt. Die zwei. Gut. Okay. So. So. Jetzt ist es noch ein bisschen Schaffnuss zu machen. Die zwei sind halt 0,0 KZ. Das sind eine von den beiden. Schnee noch mal. Der 1 war nicht mehr nachbar. Das ist auch immer, dass es keine Wagen der Wagen ist. Die Rückzeit haben wir schon. So, wenn du mir jetzt ein bisschen mal da auf die Eier gehst, dann zieh ich sie irgendwann raus. Und das geht mir ganz ein bisschen auf die Eier. Genau, doch schon mal frei, wenn ich ein bisschen Platz habe. So, jetzt bin ich nur noch so klar rausgekommen und zur Wagen hier. Das war jetzt keine Absicht, ich bin jetzt die Zeit rausgekriegt. Rückwärm und sich jetzt rausgekriegen. So, bitte schön, war das. So, jetzt muss ich noch mal frei, so was. Ja, jetzt. Das ist immer noch eine kleine Flasche. Das könnte jetzt eine kleine Flasche sein. Da erwartet ihr auf dem Fall, wo das Pfeil liegt. Da sind wir noch nicht gut klein und weiß nicht, dass es nicht gut ist. Da sind wir dritter geworden. Geh weg. Da ist auch mal dazwischen, wir haben es geschafft. Da ist auch mal dazwischen gefahren. Da ist ein bisschen genervt und damit haben wir sie. Platz 4 und Platz 10. Da haben wir es sogar gewonnen. Wir sind auf einen Punkt. Im Lauf. Mit dem dritten Platz im ersten Rennen. Mit dem Sieg, mit dem knappen Sieg. Oh, hol mal das Ding hier. Oh, Gott sei Dank. Ich bin dritter geworden. Ich habe sogar sogar gewonnen. Juhu. Juhu. Gut. Die British Cars Super Series ist erfolgreich abgeschlossen. Morgen geht's weiter mit der Roof Ride und dem All Britain Drift. Und dann gibt es auch zwei Turniere und dann haben wir es geschafft hier. Dann sind wir schon fast durch mit den Autos. Jupp. Bis dahin. Und tschüss. Ich bin ganz gut. Schnellen. Tschüss. 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 Vielen Dank.